Die Hypnose beinhaltet extra starke Delta Binaural Beats. Hört sie euch deshalb am besten mit Kopfhörern an, um den vollen Effekt auskosten zu können. Finde dir einen bequemen und schönen Platz auf deinem Sofa oder auf deinem Sessel und versuche wirklich deinen Körper zu entspannen. Du brauchst deine Augen noch nicht zu schließen. Versuche besonders im Schulter- und Nackenbereich deine Muskulatur zu entspannen. Lass deinen Kieferbereich ganz locker und atme tief durch deinen Mund ein und aus und versuche dabei deinen Körper immer mehr zu lockern. Versuche nicht zwanghaft, dich zu entspannen. Die Entspannung wird schon so kommen, indem du dich auf meine Stimme und meine Anweisungen konzentrierst. Wenn deine Konzentration nachlässt, dann versuche dich einfach wieder auf meine Stimme zu konzentrieren. Die Entspannung muss nicht perfekt sein, um Erfolge zu erzielen. So, dann fangen wir langsam an. Und wenn du bereits fühlst, dass die Entspannung bereits eintritt, entspanne deinen Nacken und deine Schultern und finde einen bequemen Platz für deinen Nacken- und Schulterbereich. Denke dran, wenn du die Suggestionen hörst und willst, dass die Suggestionen wirklich funktionieren, ist deine Aufgabe, an der richtigen Einstellung festzuhalten. Und die richtige Einstellung ist ganz einfach und lautet, mir gefällt diese Suggestion und ich weiß, dass sie bei mir funktionieren wird. Atme schön tief ein, fülle deine Lunge komplett auf und halte kurz die Luft an. Wenn du ausatmest, schließe deine Augen und lasse eine wundervolle Welle der Entspannung durch deinen ganzen Körper fließen. Versuche den psychischen Druck, den du hast, jetzt einfach aufzulösen. Es ist ein Druck, den jeder von uns hat, durch unser alltägliches Leben. Entspanne dich einfach und lass alles los. Lass alle Sorgen und Probleme los. Ich bitte dich jetzt, deine Augenlider komplett zu entspannen. Entspanne deine Augenlider so schön und komplett, wie es nur geht. Solange du dich nicht dafür entscheidest, die Entspannung aufzulösen, werden deine Augenlider ganz schön entspannt liegen und sich nicht von der Stelle bewegen. Entspanne deshalb deine Augenlider so tief du nur kannst, so tief, dass sie nicht mehr funktionieren. Halte die Entspannung jetzt aufrecht und teste jetzt deine Augenlider, ob sie tatsächlich nicht funktionieren, indem du deine Augenbrauen hoch und runter bewegst. Deine Augenlider werden aber trotzdem sich nicht von der Stelle rühren und werden ganz schön tief, entspannt und friedlich liegen bleiben. Sehr gut, du kannst jetzt mit dem Test aufhören. Entspanne jetzt deine Augenlider noch viel mehr als davor. Stell dir jetzt die Entspannung, die du in deinen Augenlidern hast, ganz genau vor und lasse sie bis zu der Spitze deines Kopfes steigen. Entspanne alle Muskeln um deinen Kopf herum. Spüre einfach die schöne, wunderschöne Entspannung. Lasse sie jetzt durch deinen ganzen Körper fließen, durch deinen kompletten Körper fließen, wie eine warme, schöne Welle der Entspannung. Wenn du die Welle der Entspannung durch deinen ganzen Körper sendest, fühle wirklich, wie die Entspannung wellenartig von der Spitze deines Kopfes bis zu deinen Zehenspitzen durchdringt. Erlaube jedem Muskel und jedem Nerv, sich zu entspannen. Lasse dir wirklich Zeit, jeden Muskel und jeden Nerv in deinem Körper zu entspannen. Spüre, wie dein Körper immer entspannter und ruhiger wird. Jetzt möchte ich, dass du dich viel, viel tiefer entspannst, um wirklich die Entspannung auf einen sehr tiefen Level zu bringen. Es ist wirklich sehr leicht zu machen. In dem Moment, wenn ich dich darum bitte, deine Augen aufzumachen und dann wieder zu schließen, wird es für dich ein Signal sein, eine warme Welle der Entspannung an deinen Körper zu senden. So, dass sofort dein ganzer Körper sich um vielfaches tiefer entspannt. Du sollst es einfach wollen und es wird dann ganz schnell passieren. Okay, öffne jetzt deine Augen und jetzt schließe deine Augen und sende eine Welle der Entspannung durch deinen ganzen Körper, um vielfaches entspannter, um vielfaches tiefer. Sehr gut. Nutze deine ganze Vorstellungskraft und stelle dir einfach vor, wie dein ganzer Körper mit einer warmen, sicheren Decke der Entspannung umhüllt ist. Ab diesem Zeitpunkt, jeder Atemzug, den du machst, wird dir dabei helfen, dich immer tiefer und tiefer zu entspannen. Nun, gleich werde ich dich nochmal darum bitten, deine Augen aufzumachen und dann wieder zu schließen. Wenn du dann deine Augen wieder aufmachst und dann wieder schließt, wenn ich es dir sage, verdoppelte die Entspannung, die du jetzt bereits hast. Mache die Entspannung doppelt so tief. Du musst es einfach nur wollen und es wird nach deinem Willen auch so geschehen. Okay, öffne deine Augen und jetzt schließe deine Augen und verdoppelte die Entspannung. Lass vollkommen los. Erlaube dir, jeden Muskeln und jeden Nerv tiefer als je zuvor zu entspannen. Sehr gut machst du das. Okay, in dem Moment, wenn ich dich gleich noch einmal darum bitte, deine Augen aufzumachen und dann wieder zu schließen, verdoppelte deine Entspannung noch einmal. Lasse die Entspannung noch einmal doppelt so tief werden. Okay, mache deine Augen jetzt auf und schließe deine Augen tiefer, tiefer und noch tiefer entspannen. Lass alles vollkommen los. Ich möchte jetzt, dass du eine Tour durch deinen ganzen Körper nimmst und schaust, ob es irgendwo am Körper noch irgendwas verspannt ist. Wenn du selbst eine kleine verspannte Stelle findest, dann sende einen kleinen Hauch der Entspannung an die jeweilige Stelle und löse so die Verspannung auf. Und lasse vollkommen los und erlaube es dir noch viel tiefer zu entspannen. Wenn du dich jetzt mit jedem Atemzug und mit jeder Sekunde dich weiterhin entspannst, sei dir dessen bewusst, dass du nicht in deinen Schlaf herfällst. Du bist einfach nur entspannt. Du kannst alles um dich herum sehr klar und deutlich hören. Der einzige Unterschied ist nur, dass jedes Geräusch, das du hören wirst, dich immer weiter tiefer entspannen lässt. Das Einzige, was dich aber wirklich interessiert, ist nur meine Stimme. Aus diesem Grund erlaube es jedem Geräusch und auch meiner Stimme, dich immer tiefer in die Entspannung zu bringen. Jedes Geräusch, was du hörst, erlaubt es dir, dich immer tiefer zu entspannen. Du machst es sehr gut. Du hast jetzt deinen Körper wunderbar entspannt. Ich möchte aber, dass du dich jetzt noch viel tiefer entspannst. Ich möchte, dass du deine Psyche jetzt so gut entspannst, wie du eben leicht und wunderbar deinen Körper entspannt hast. Wenn sich deine Seele entspannt, bist du noch vollkommen bewusst. Nur der ganze Druck, den man vom Leben hat, verschwindet völlig und du fühlst dich wunderbar. Es ist sehr leicht, eine mentale Entspannung zu erlangen und ich werde dir auch dabei helfen. In dem Moment, wenn ich rückwärts ab der Zahl 100 zähle, mit jeder Zahl, die ich zähle, erlaube es dir, dich immer tiefer und tiefer zu entspannen. In anderen Worten, mit jeder Zahl, die ich zähle, erlaube es dir, dich immer tiefer und tiefer zu entspannen. Wenn ich die Zahl 97 erreicht habe, oder sogar früher, wenn du es so möchtest, wirst du schon deine Seele so tief entspannt haben, dass du gar nicht nach weiteren Zahlen schauen wirst. Du wirst einfach feststellen, dass die restlichen Zahlen, die nach der Zahl 97 kommen würden, einfach verschwunden sind. Du wirst einfach alle Zahlen, die nach der Zahl 97 kommen würden, aus deinem Bewusstsein raus entspannt und fühlst dich danach einfach nur fantastisch. Es ist schön, endlich mal die ganzen Zahlen loszuwerden. Die ganzen Zahlen verfolgen dich den ganzen Tag. Es ist wunderschön, sie einfach mal für kurze Zeit verschwinden zu lassen. Die sind jetzt für dich nicht mehr wichtig. Du musst einfach nur wollen, dass es so passiert und es wird dann sehr, sehr leicht dazu kommen. Okay. 100. Entspanne dich mental doppelt so tief. Fühle, wie deine Seele dabei ruhiger, klarer und friedlicher wird. 99. Entspanne dich mental doppelt so tief und lasse langsam die Zahlen immer dunkler und durchsichtiger werden. Und mache so, dass die Zahlen langsam verschwinden. Merke, wie gut es sich anfühlt. Merke, wie deine Seele sich immer friedlicher, entspannter und ruhiger anfühlt. 98. So wunderschön, so ruhig, so entspannt, so friedlich. Immer tiefer und tiefer. Immer tiefer und tiefer. Noch eine Zahl. Und wenn sie noch nicht weg sind, dann lasse die jetzt einfach alle verschwinden. 97. Lass sie jetzt alle gehen. Lass sie alle gehen. Mach, dass die alle weg sind. Die sollen alle aus deinem Bewusstsein verschwinden. Falls die jetzt noch da sind, dann lösche sie alle. Lass sie alle verschwinden. Du kannst es tun. Ich kann es nicht für dich tun. Lass sie einfach alle gehen und die werden gehen, wenn du sie dazu bringst. Die sind nicht wichtig für dich und du kannst dich frei von denen machen. Aber falls die jetzt doch nicht alle weg sind, mache dir deshalb keine Sorgen. Die werden einfach verschwinden, wenn ich jetzt einfach weiterrede. Ich möchte jetzt, dass du deinen Körper und deinen Geist zusammen als Team entspannst. Dieses Mal werde ich von 10 bis 1 zählen. Mit jeder Zahl, die ich zähle, erlaube es deiner Seele und deinem Körper, sich immer tiefer zu entspannen. Wenn ich dann die Zahl 1 erreicht habe, bist du mental, seelisch, geistig, spirituell viel, viel mehr entspannt als davor. Du musst es einfach wollen. Du musst es fühlen und du wirst merken, wie gut es sich anfühlt. 10 Dein Geist wird viel entspannter und viel friedlicher. 9 Erlaube es allen deinen Problemen, komplett zu verschwinden. 8 Tiefer und tiefer entspannen. 7 Tiefer, viel tiefer entspannen. 6 5 4 3 10 Erlaube jedem Atemzug, dir dabei zu helfen, dich noch viel tiefer zu entspannen. Du hast jetzt eine Entspannung erreicht, die mit jedem Atemzug immer tiefer und tiefer wird. Erlaube es dir jetzt, mit jedem Wort, was ich sage, dich viel, viel tiefer zu entspannen. Erlaube es dir, mit jeder Sekunde, die vergeht, dich viel, viel tiefer zu entspannen. Erlaube es dir, mit jedem Herzschlag, den du spürst, dich viel, viel tiefer zu entspannen. Und je tiefer du dich entspannst, desto wohler fühlst du dich. Und je wohler du dich fühlst, desto tiefer entspannst du dich. Immer tiefer und tiefer. Immer tiefer und tiefer, mit jedem Wort, was ich sage, immer tiefer und tiefer. Lasse vollkommen los, konzentrier dich nur auf meine Stimme. Jedes Geräusch, was du hörst, bringt dich dazu, dass du dich noch viel, viel tiefer entspannst. Und jedes Wort, was ich sage, bringt dich dazu, dass du dich immer tiefer und tiefer entspannst. Jetzt werde ich bis zu der Zahl 3 zählen. Bei der Zahl 3 machst du deine Augen auf. Du fühlst dich frisch. Du fühlst dich sehr locker, du fühlst dich glücklich, du fühlst dich entspannt und dir geht es wirklich sehr, sehr gut. 1. Komm langsam wieder in deinen normalen Zustand zurück. 2. Dein Puls und dein Blutdruck kriegen für dich die optimalen Werte. Bei der Zahl 3 machst du deine Augen auf. 3. Du fühlst dich pudelwohl, dir geht es so gut, wie lange nicht mehr. Du fühlst dich glücklich, du fühlst dich frisch. 3. Mache deine Augen auf. 4. 5. 6. 2. 8. 10. 11. 11. 12. Untertitelung des ZDF, 2020